Hi, ich bin Samuel und heute möchte ich dir einen kleinen Einblick geben in den Ausbildungsberuf Fachinformatiker bei der VAG. In der Ausbildung lernt man viel zur Kommunikation, dann ist es täglicher Gebrauch, um mit den Teamkollegen zu kommunizieren oder mit den Problemhabenden zu kommunizieren. Außerdem lernt man auch viel über Projektkompetenz und wie man Projekte leitet und sie erfolgreich durchführt. Außerdem lernt man viel über das Grundwissen der IT und steigt später viel tiefer in die IT rein. Und ja, Teamarbeit ist auch sehr wichtig in diesem Beruf, wenn man Projekte gut leiten will und sie absolvieren will. Also ich persönlich programmiere sehr gerne, um mir manuelle Prozesse zu erleichtern und die dann zu automatisieren. Das hilft auch meinen Kollegen im Arbeitsalltag. Außerdem macht es mir einfach Spaß, den Kollegen zu helfen bei IT-Problemen und ich finde den Menschenkontakt halt super. Also mir gefällt halt die Vielfältigkeit in der Firma und im Beruf, da man überall mal unterwegs ist, in jeder Abteilung. Die flexiblen Arbeitszeiten mit der Gleitzeit sind super und es bietet mir halt persönlichen Freizeitausgleich im Privatleben und außerdem die tolle Atmosphäre und die Kollegen, so wie Hansefit, das mir privat halt ermöglicht, damit Sport zu machen. Also mein Tipp, wenn Interesse besteht, ist halt die Basis-IT mal zu erforschen, den ersten PC mal vielleicht zusammenzubauen oder das erste Programm zu schreiben und vielleicht auch mal ein Praktikum zu machen, um zu schauen, ob der Beruf überhaupt was für einen ist. War Channel War Channel